Ich sehe Jo Leute, was geht? Hier ist euer freaking 100. Video Euer zeige ich einen neuen Crypto-Glish Und ja, als allererstes sucht eine Runde Waffenspiel Wenn ihr eine Lobby gefunden habt, dann wartet ihr einfach Bis das Spiel begonnen hat Und wenn ihr dann in Game seid, dann wartet ihr einfach Den Counter ab Und wenn ihr dann den Counter abgewartet habt, müsst ihr mit der ersten Waffe Einen Kill machen Und wenn ihr dann einen Kill gemacht habt, drückt ihr die Optionstaste Dass ihr ins Menü kommt Und im Menü geht ihr auf Spiel beenden, geht hoch zu Jahr Und da wartet ihr einfach die ganze Zeit Und somit werdet ihr auch nicht aus dem Spiel geworfen Und ja, dann habt ihr eure Kryptos verdient Und ist auf jeden Fall echt geil Ist nicht wirklich ein ganzer AFK-Glitch Also dass ihr durchgehend Kryptos bekommt Ihr müsst halt immer einen Kill machen Aber Sonst ist der Glitch auf jeden Fall echt geil Und Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da Ich wünsche euch einen schönen Tag Und was ich noch sagen wollte ist Dass ich noch Bo3er Lockolds habe Also falls ihr Lust habt noch Bo3er Lockolds zu kaufen Dann schreibt mich einfach auf Skype an Mein Skype Name ist unten in der Videobeschreibung Und ja Ich wünsche euch einen schönen Tag Ich bin raus Und Ciao 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 Ciao